Wir haben das Projekt Kartoffelsorten aufzuschreiben und was man aus Kartoffeln machen kann. Es gibt gelbe Fruchtkartoffeln, rote Fruchtkartoffeln, gleich große Kartoffeln kochen, damit sie gleichzeitig klar werden. Fruchtkartoffeln kurz abgießen, im heißen Topf liegen lassen und Fruchtkartoffeln verdammt ist. Nach dem Garten sofort servieren, nur so glücklich, der Geschmack optimal erhalten. Applaus 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 So, man, 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 man.